so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die grip eine schöne kleine batterie ich weiß gar nicht mehr hat die grip ja mal sehen die hat auf jeden fall blaue sterne die baum auf jeden fall gut ein weil die könne vielleicht ein bisschen umkippen ja genau viel spaß aber also auch wirklich geiles teil vor allem mit dem gold und den blauen stern dann so so